Die GRID World Series ist hier in Barcelona. Was fällt dir zu diesem Event ein, Kristen? Das wird eine fantastische Hauptveranstaltung, Alex. Ein Showdown mit Hammerhead und Cooper Wright macht sich bereit, selbst anzutreten. Er meint es ernst. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Okay, eine schöne Nacht für ein Rennen. Aber bleibt mit den Augen auf der Straße. Das ist wirklich schön anzusehen. Genau, genau Fahrweise. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Ja, genau hier. Ich komm jetzt gut nach eins. Wir haben ja die Vielmehr, weil wir das nicht sagen. Dann haben wir das nicht zusammen. Die Blumehrehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe. Das ist wirklich schön an diese Stand-Ein hier. Das ist wirklich schön aus der Lücken. Diese Fluttein hier ist ein Buche oder die Fluttein hier auf der Straße. Das ist sehr ruhig, aber das ist ein Lücken. Das ist ein primera Fluttein hier. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. 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 Das ist die letzte Runde.